Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Endstand 1 zu 1. Ich begrüße beide Trainer, Marco Rose und Markus Weinzierl und alle Kollegen, die zugeschaltet sind, oben auf der Pressetribüne. Herr Rose, wenn ich Sie um Ihr Fazit bitten dürfte. Ja, am Ende ist es ein Punkt. Über das Ergebnis sind wir natürlich enttäuscht. Ich muss sagen, dass wir relativ lange Kontrolle über das Spiel hatten, dominant waren, den ein oder anderen Fehler auch in der ersten Halbzeit hatten am Anfang, aber dann gut ins Spiel reingekommen sind. Und die Führung, denke ich, war dann auch verdient. Dann war natürlich klar, dass Augsburg irgendwann auch aufkommt, Wechsel, Frische bringt. Und wir möglicherweise aufgrund auch der Donnerstagspartie dann natürlich auch ein paar Körner haben liegen lassen. Und in der Phase, glaube ich, wo Augsburg dann einfach auch das Risiko erhöht, hätten wir dann einfach den Punch setzen müssen. Und dafür haben wir aber die Räume nicht gut genug gefunden, waren nicht klar genug und haben dann nach einem Ballverlust den Ausgleich bekommen. Hinten raus war es dann nochmal wild, haben wir nochmal angeschoben. Aber am Ende hat es nur zu einem Punkt gereicht und das ist natürlich enttäuschend für uns. Aber ich muss nochmal sagen, die Mannschaft hat heute hier auch nochmal eine Menge Energie reingefeuert in das Spiel. In Augsburg ist es nie leicht und dann müssen wir mit dem Punkt dann einfach auch leben. Augsburg wünsche ich alles Gute für die nächsten Wochen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Rose. Markus, deine Worte zum Spielen. Ja, Marco, danke. Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben von unserer Seite, dass wir einen Punkt geholt haben, dass wir in Rückstand geraten sind durch eine individuelle Aktion, die wirklich zeigt, wie viel Qualität der BVB hat. Und es war nicht einfach, diese Qualität auch im Spielaufbau zu verteidigen. Aber ich glaube, dass wir taktisch ganz clever agiert haben und es lange Zeit auch gut gemacht haben. Nach dem Rückstand vor allem aber auch zu Beginn der zweiten Hälfte war es nicht ganz so gut. Mit dem Wechsel wurde es besser und wir haben das Risiko dann erhöht und haben nochmal Frische gebracht und machen so den Ausgleich, worüber wir natürlich heute sehr, sehr glücklich sind. Und im Großen und Ganzen finde ich schon, dass es eine gute Leistung war mit einem gerechten Ergebnis. Danke. Da unsere Gäste schnell zum Flieger müssen, würden wir die Fragen an Marco Rose vorziehen. Es startet Jonas Noe. Grüß Sie, Herr Rose. Jonas Noe hier von Sport1. Es war am Donnerstag schon auffällig, heute wieder. Sie hatten viele Standardsituationen, viele Eckbälle, die sehr wenig eingebracht haben, kaum Gefahr auch eingebracht haben. Wir erinnern uns noch an diesen Kopfball-Doppelpack von Meunier gegen Freiburg im Januar. Wieso schafft es Ihre Mannschaft im Moment nicht, aus diesen Situationen, wo man vermeintlich einfache Tore machen kann, mehr Gefahr zu entwickeln? Woran liegt das und ist das etwas, was Sie persönlich auch nervt? Ja, also zum Fußball gehören Standardsituationen. Wir haben schon Standard-Tore gemacht diese Saison. Jetzt haben wir mal ein paar Spiele keine gemacht. Möglicherweise, weil es der Gegner auch gut verteidigt. Es gibt Spiele, in denen kommen die Standards dann auch nicht so gut. Das hatten wir jetzt möglicherweise auch. Aber Jule hat es eigentlich in den letzten Wochen immer wieder gut geschlagen. Dann fehlt mal ein Zentimeter im Hinspiel Glasko, steht Daxo alleine vorm Tor. Also es sind dann oft Kleinigkeiten, die dann hier und da auch mal entscheiden gegen Leverkusen. Wir haben ein Eigentor erzwungen, Standardsituationen gehören. Aber was soll ich jetzt sagen? Also die Thematik verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir versuchen wieder Standard-Tore zu schießen. Nächste Frage kommt von Sebastian Wessling von Funke Medien. Ja, und ihr richtet sich jetzt an dieses Spiel. Ihr liebt vieles für euch. Ihr seid in Führung gegangen. Ich finde, ihr hattet nach der Halbzeitpause eigentlich somit sogar die beste Phase. Sehr, sehr druckvoll. Und dann ist der Mannschaft das Spiel so ein bisschen entglitten. Worauf führst du das zurück und wie erklärst du dir das? Punkt eins, wechselt der Gegner, bringt Frische und erhöht das Risiko. Dort habe ich gesagt, hätten wir dann möglicherweise auch die Räume finden müssen, die sich ergeben. Wenn der Gegner das Risiko erhöht, haben wir nicht geschafft. Punkt zwei ist, dass wir am Donnerstag ein extrem intensives Spiel hatten, in dem wir alles reingefeuert haben. Zwei Spieler verloren haben. Grundsätzlich schon in nicht gerade prickelnden personellen Situationen hierher kommen. Und dann möglicherweise hinten raus auch mal ein paar Körner fehlen können. Das war von vornherein klar. Sebastian Koltzberger für die BILD. So jetzt, Marco, in der Vergangenheit war es ja so, es waren gute Spiele dabei. Es waren viele Spiele, wo ihr Punkte liegen gelassen habt. Die Pokalspiele oder Pokal, wo ihr rausgeflogen seid. Europa League, Champions League war ein bisschen enttäuschend. Ist das für dich eine sehr schwierige Situation? Hast du das Gefühl, dass es auch bei dir vielleicht irgendwann eng um deinen Job werden könnte? Oder verspürst du da die volle Rückendeckung vom Verein? Und vor allem von den Bossen natürlich. Wenn ich jetzt auf die Frage antworte, dann gebe ich ja schon wieder Material. Also du hast ja wahrscheinlich eine Idee, wie du darüber denkst. Also für schriftliche deine Idee. Heute haben ein paar Fans hier Rose rausgerufen. Keine angenehme Situation für einen Fußballtrainer. Aber ich kann die Situation ganz anständig einschätzen, glaube ich. Wir sind alle sehr, sehr enttäuscht über unser Abschneiden in jedem Pokalwettbewerb. In der Bundesliga sind wir Tabellen zweiter. Wenn wir irgendwo Champions League, Pokal oder Europa League die nächste Runde erreicht hätten, würden wir jetzt hier vielleicht über andere Dinge reden. Im Fußballsport sind die Dinge oft so nah beieinander. Und um andere Sachen mache ich mir im Moment keine großen Gedanken. Sondern ich arbeite mit den Jungs. Wir versuchen jetzt, das Maximum rauszuholen aus der Saison. Aber coole Frage. Zum Abschluss ist der Dreck Geppert von Ruhr Nachrichten. Ja, ich hoffe, ihr hört mich. Herr Rose, Sie haben uns jetzt mal einen Songkartik gespielt. Wie hat er Ihnen gefallen? Die Frage ist leider überhaupt nicht zu verstehen. Sie müssen das Mikro, Ihr Mikro, den Lautsprecher ausmachen. Ja, ich hoffe, jetzt bin ich besser zu verstehen. Sie haben mit Maren Pongatik spielen lassen. Wie bewerten Sie seine Leistung und seinen Auftritt? Das wird ja wahrscheinlich noch häufiger dazukommen, angesichts der Personalengpässe in der Defensive. Ich glaube, dass Marien uns, ich erinnere mich an sein erstes Spiel in Leverkusen, schon in vielen Spielen auch viel gegeben hat. Und man merkt ihm immer mal natürlich auch an, dass es ein bisschen Nervosität, dass es was Besonderes für ihn ist, in diesem Trikot zu spielen. Es ist ein großer Verein. Auch heute hat er am Anfang ein, zwei Aktionen gehabt, wo er wahrscheinlich auch ein bisschen nervös gewirkt hat. Aber er hat sich reingearbeitet in dieses Spiel. Er hat hinten immer wieder auch mal wichtige Situationen geklärt. Er hat Bälle gewonnen. Am Anfang nochmal hat er etwas fahrig und nervös gewirkt. Aber hinten raus hat er sich dann stabilisiert. Gut, das war's mit Fragen an Marco Rose. Dankeschön. Sehr gerne. Guten Heimflug. Ja, schon fertig. Nee, da gibt es noch ein, zwei Fragen, glaube ich. Johannes Graf von der Augsburger Allgemeinen hat die erste Frage an Markus Weinzel. Hallo Herr Weinzel, wie geht man jetzt mit diesem Punkt um? Nehmen Sie deine Gratulation an oder sagt man, ja, ein Punkt ist kein Sieg? Und die anschließende Frage, mit wie viel Zuversicht kann man jetzt nach Bielefeld fahren? Nein, man kann auch für einen Punkt gratulieren. Es sind weniger wie drei, aber es ist trotzdem einer, der uns in der Tabelle jetzt gut tut, der uns nach oben klettern lässt. Und es ist zwar nicht entscheidend, aber trotzdem ein schönerer Anblick. Und ich habe es Ihnen gesagt, dass wir es in der eigenen Hand haben. Und wenn wir so spielen wie heute, dann ist es ja eine Basis, wo wir zuversichtlich sind, dass wir unser Ziel erreichen. Und genauso sind wir zuversichtlich, dass wir auch in Bielefeld gewinnen können oder zu Hause gegen Mainz oder auch in Stuttgart oder auch in den nächsten zehn Spielen einfach von den 30 Punkten die Notwendigen für einen Klassenerhalt holen. Dominik Mesch von Presse Augsburg. Ja, Herr Weinzel, in den letzten Wochen hat man schon immer gesagt, Einsatz und Biele passt, die Mannschaft versucht. Es hat oft nicht gereicht, warum hat es heute gereicht? Das ist das eine und das andere ist, gerade in der ersten Halbzeit haben die Pässe nach vorne nicht immer so ihren Appressat gefunden. Woran liegt dann sowas? Weil, dass sie es können, haben sie ja dann in der zweiten Halbzeit besser bewiesen. Ja, wir haben uns heute belohnt, weil die Balance besser war. In den letzten Wochen, vor allem im letzten Heimspiel oder auch auswärts in Gladbach, haben wir zu viele Gegentore bekommen. Und wenn du zwei Gegentore jeweils bekommst, dann musst du schon mal zwei machen, um dann auch zu punkten. Und das war heute der Ansatz und das haben wir gut gemacht. Wir sind defensiv stabil gestanden, haben eine Situation nicht verteidigen können, wo man gesehen hat, wie viel Qualität eben die Dortmunder auch haben, aber das muss die Basis sein, dass wir unseren 16er besser verteidigen, dass wir weniger Gegentore bekommen und nach vorne haben wir jetzt, glaube ich, in jedem Spiel in der Rückrunde auch eins mindestens gemacht. Und das ist dann ja eine Balance, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein und Punkte in der Tabelle gut zu schreiben. Gehen wir nochmal zurück zu Johannes Graf. Niklas Dorsch heute vom Platz genommen, ich kann mir vorstellen, warum, aber vielleicht können Sie es nochmal erklären. Und zum Zweiten, wie gedenken Sie denn den Niklas dann in Bielefeld zu ersetzen? Ja, ich glaube, jeder hat gesehen, dass er eine gelbe Karte bekommen hat und dann gleich noch ein kleines Foul hinterhergemacht hat und wenn du zu 10 bist gegen Dortmund, dann wird es brutal schwer und das wollte ich absolut vermeiden. Und noch dazu war es seine fünfte gelbe Karte, also er ist gesperrt und dann haben wir eben Carlos Croeso reingebracht und ich glaube, dass der eine Zweikampf von Carlos heute entscheidend war, den er gewinnt für die Kontersituation zum 1 zu 1. Und das sind die Kleinigkeiten, wo Spiele entschieden werden und diese Gier, diese Leidenschaft, diese Zweikampfstärke brauchen wir, um dann auch besser umschalten zu können. Und die Frage vorher war auch, warum wir es in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht haben. Und es ist einfach so, dass du auch von Selbstbewusstsein lebst und wenn du zu Hause verlierst und gegen Freiburg verlierst und dann hier gegen Dortmund spielst, dann ist dann natürlich auch Druck da und deswegen ist es uns in der ersten Hälfte nicht so ganz gut gelungen, immer offensive Lösungen zu finden. Da waren auch aussichtsreiche Situationen da, um gut zu kontern oder ins letzte Drittel reinzukommen. Aber davon haben wir uns befreit und haben zweite Halbzeit dann ein besseres Spiel gemacht. Herr Weinzierl, Sie haben sich heute gegen Niederlechner und für Peppi entschieden. Warum Peppi und wie haben Sie ihn gesehen? Ist er in der Bundesliga für Sie schon angekommen? Der Plan war, gut zu stehen und zu kontern und immer wieder Nadelstiche zu setzen und mit zwei schnellen Stürmern vorne mit Vargas und mit Peppi immer wieder in den Rückenabwehr reinzukommen, ins Laufduell gegen Hummels zu kommen und dann eben einen frischen Florian Niederlechner hinten drauf zu packen. Und die Wechsel heute offensiv haben uns den Punkt heute gebracht mit der Schnelligkeit von Basset, der Noam macht wirklich eine gute Entwicklung, hat mich sehr gefreut und auch mit Flo haben wir schon noch auch Qualität bringen können und das war heute entscheidend, dass wir plus das erhöhte Risiko dann eben zum Schluss uns belohnt haben. Nächste Frage kommt von Robert Götz von der AZ. Herr Weinzierl, ein Satz zu Saren Ren-Basset, er hatte ja lange Leidenszeit hier beim FCA, da hindert sich, wie wichtig ist das Tor für ihn und wie sehen Sie die nächsten Wochen für ihn? Ist er vielleicht einmal einer für die Stadt? Naja, das möchte ich sehen in einer sehr, sehr guten Entwicklung. Dass er Qualität hat, weiß man, aber man kann die Qualität immer nur auf den Platz bringen, wenn man auch fit ist und das war monatelang sein Problem. Ich glaube, dass er da wirklich gut gearbeitet hat, aus der letzten Verletzungsphase wirklich auch sehr positiv zurückgekommen ist und das jetzt auch in jeder Einwechslung gezeigt hat. Und da gehen wir ganz behutsam damit um, dass er Schnelligkeit hat, dass er genau diese Qualitäten hat, die wir in der Umschaltbewegung auch brauchen. Das wissen wir und jetzt hat er sich heute belohnt und natürlich ist er dann auch ein Kandidat, wie alle anderen auch, der mal startet. Aber im Endeffekt geht es mir nicht darum, wer startet, sondern mir geht es darum, dass der FCA punktet und gewinnt am besten.